So muss das sein. Bin ja auch für. Boah, voll viele mitgenommen. Jawoll! Jetzt haben wir da ein Spiel. Epic Fail. Jetzt sind langsam Würfel ein, genau. Dann hast du nur eine Minus-Banane. Und du hast ein Glücksfeld. Und da geschieht was Schlechtes. Komm aufs DK-Feld, da waren wir glaube ich noch gar nicht. Ey, wenn du nur aufs Bowser-Feld gehst, dann gibt's Schläge, ne? Dann musst du die 3 fürs Bowser-Feld. Du weißt, dass er uns allen schaden kann, ne? Ey, wie der PC, der macht das auch. Oh oh, jetzt geht's los. Duell 10.000 Bananen. Ich will wissen, was dann passiert, ey. Ich glaube, der haut dann ein Farben. Das ist so dämlich. Weißt du, was da passiert? Der Verlierer gewinnt das Spiel. Oh, sehr gut. Das heißt, wer das Spiel verliert, gewinnt. Also dann. Letzter Platz. 20 Bananen. Hä? Was? Ja, ich fang als letzter an. Reaktionskette. Nehm Reaktionskette. Nehm Reaktionskette. Nehm Reaktionskette. Nehm Reaktionskette. Also letzter, ne? Ja. Ja, jetzt springst du ja direkt rein. Ich schwör, ich klatsch euch alle so auseinander, wenn ihr da reinspringt, ne? Dreck Start. Dreck, Start. Dreck Start. Ey, ich schwör! Ich klatsch euch so kaputt, ne? Ich muss als erster da rein. Ich inhib ist voll unverwendet woanders hinkommen. Start! Jawoll! MeineKS. Koopa, yeah, Koopa Power. Ja, deswegen hab ich gesagt, Reaktionskette, weil jeder die gleiche Chancen hatte. Hast du ja toll gemacht. Hast du toll gemacht. Dankeschön, dankeschön, gib dir die Hand, bitteschön. Du bist dann, ihr traurigen Gestalt. Gut, dass er auch noch bei mir kam, ich bin dir sogar auf den Kopf geschworen. Aber er ist trotzdem nicht Erster. Nein, Gleichstand. Yoshi ist weiter runter im Alphabet. Ja, und? Wo war das immer? Das ist kurz vor Zelt. Da war auch wieder, ich dachte. Zurück. Du darfst nochmal zurück. Zwei. Boah, Mann, sprach den Geld da rum, ey. Oh, das sind zwei. Tür wechsel. Jetzt bin ich nicht als nächster dran. Ist ja beschiss hier. Ist ja beschiss hier. Hast du auch gecheatet, ne? Das ist so, wir kommen nicht mehr vorwärts, vorbei. Ja, jetzt kannst du hier da die ganzen Minus-Bananen alle mitnehmen. Du wüffelst keiner ein. So gut bin ich. Ah, shit. Egal. Jetzt kriegst du noch einen Plus-Bananen. Ich glaub, danach ist Mario dran, ne? Nee, Joffi. Wo würdest du es wohl hinbringen? Wo würdest du es wohl hinbringen? Wo würdest du es wohl hinbringen? Das ist aber gut gedeutscht. Ja. Fang er selbst an. Wo würdest du es wohl hinbringen? Drücke A um die drehenden Statuen an zu halten. Dann mach mal du Affenkopf. Los, Didi. Schwack rum. Cheater, ey. Der letzte muss sich richtig schnell drehen. Ball schaffst du nicht. Wurzen. Sauber. Kacken. Ich hab keinen gebläht. Sauber. Gut gemacht. Drei Bananen. Es ist unglaublich. Jetzt geht's wieder zurück. Loschi macht die fertig und ich auch. Weil Koopa der geilste ist. Mein Gott. Du bist jetzt hier drin. Ja. Was wird da? Loschi macht die Beine raus. Loschi macht die Beine raus. Der zeigt doch deinen Arsch schon mal, bevor er startet. Und man explodiert gleich. Ja. Sex. Ja, die Aluminumslinger. Sauber. 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 Jetzt denk doch, hör mal, hab ich ihn jetzt gemacht. Schade. Oh. Oh. Let's schlägt jetzt 13. Warum nicht 12? Wohl 13? Voll. Gib dem letzten Platz 15 Bananen, ist ganz verkehrt. Jawoll. Du weißt, dass Toad jetzt dort bekommt? Ich weiß. Nicht... Wario. Yoshi und Wario. Aber doch nicht von mir. Aber doch nicht von mir. Nein! Ich bin ernsthaft. Hätte ich nicht einen weiterkommen können, dann wäre wieder das Bossereignis hier. Ich komm nicht dran, ne? Ja. Ja, wurde ja auch grad gewechselt. Wie kommt Hotzemi dran? Huch. 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 Da wird der doch wieder voll gedreht. Guck mal, wie der gedreht wird. Der fliegt wie Mortet fliegt. Na eins. Na ober, ich kriege alle Minussterne. Jetzt gibt's erstmal wieder das Ereignis hier. Ja. Echt? Boss? Naja, Donkey Kong Ruf. Spielst du auch was drin? Ja, Boss jetzt noch und dann? Donkey Kongs Menü spiel. Oh, noch kein Boss. Boah, der macht Party Kong, der für gut geputzte Zähne hat. Wie macht er das eigentlich? Bananenschalen. Oh. Oh. Oh, wir haben jetzt gemacht. Boah. Keiner weiß, woran abgeht. Oh, doch. Schießen. Ja, und was sind die Farben? Wir müssen uns hochschießen. Ja, und was sind die Farben? Achso, da wo wer drin ist. Okay. Aha. Ah, wir können das steuern. Oh. Ja, sehr. Oh. Oh. Oh, der hat die verfehlt. Der hat die auch verfehlt. Das ist ja voll die Glückssache. Nein. Oh, der war auch verfehlt. 19, 21. Ich fang den auf den Gurt. Oh, Mann, ey. Nein, wieso ist Koopa Zweiter? Er bekommt den Spielführer-Bonus. Lächerlich. Jawoll. Erster. Affengeräusche. Ende. Ja. Ja, ich hab gewonnen. Nein, warum? Ja, warte, guck mal Bonus-Sterne. Ich hab auch nicht gewonnen. Bonus-Banan. Der Mino-Star. Yoshi! Nein. Oh, raus. 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 Raush. Raus. hat Koopa gewonnen. Der Bananenstern. Der wurde aus Bananen geformt. Er hat einen Bananenstern. Ne. Ne? Mit Schläge? Ja. Wario ist raus. Toll ist raus. Und jetzt ist er schon raus. Jawoll, wieder gewonnen. Ich habe bis eine Woche. Wir machen jetzt Magmafelder. Hatten wir das schon mal? Nein. Gott. Ah, hätte ich mal den Einzelspieler schon durchgespielt, dann hätten wir auch Bowser's Festung nehmen können. Ehrlich, ey, ne? Du Pflegefall. Boah, 439. Vielleicht kann ich ja mit ein neues Fahrzeug kaufen. Mal gucken. Zurück zum Hauptmenü. Boah, das Festung wäre richtig gemein. Wieso Minispiele? Oh, mein Moseo. Moseo. Ich habe Elzheimer. Elzheimer? Ja. Fahrzeuge. Wiggler-Vehikel. Holzauto. Holzauto. Das ist Wiggler. Ey, das kennen wir aus Mario Kart. Das haben wir noch. Glickwerk. Das Fliegewett. Ja, das ist aber für Horrorburg. Die sind ja. Was spielen wir als nächstes? Die Magma Bienen, ne? Dann nehmen wir das doch mal. Uh, Bonus. Das ist ja für Blooper. Knochenkarre? Ja, was ist das? Das ist das, ne? Ja. Oh, die Knochenkarre. Können dafür noch eins kaufen. Möchtest du das Fahrzeug finden? Ja. Knochenkarre. Kettenhund-Cabrio. Kettenhund-Cabrio ist auch dafür. Dann nimm das. Das ist das auch nehmen. Yeah. Dann nehmen wir. Das Kettenhund-Cabrio. Ja. Auf jeden Fall. Ast rein. Rekordig sind Sternenbilder. Ja. Tch. Und Sternenbilder. Der kleine Bruder, der große Bruder. Warum würde ich dafür Punkte ausgeben? Vielleicht schalte ich nämlich was. Ja, die Kredits. Beste überhaupt. Ja, Musik kaufen. Akati. Akati. Okay. Ah, ich hab so oft. Kupa, nehmen wir Mario. Ja. Ich pack da mal einer rum. Ihr solltet nicht auf den Fernseher halten. Auf welchen Fernseher halten? Da ist ein Monitor, da ist kein Fernseher. Und? Ja, beide Bilder, ne? Du, hau rein. So, äh, was haben wir gesagt? Blooper-Strand, ne? Mini-Spielpakete. Machen wir mal die Hinweise aus. Doch. Man, du musst mir deinen Finger nicht zeigen. Doch. War da bei der Kleine, ne? Ne. 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 Sieht aber groß aus. Ja, die Lava steigt hier immer. Wer von der Lava getroffen Füße ein Wart. Wenn, der wir ge-你看, das ist der Wart. Das wird ein Wart. Das ist aber das B-Spiel. nuestras Autodesküter. Das ist B-Spielpakete. Nein. Eine, eine, zwei. Was ist denn da? Ich hab mal die Wart. Das ist schon. Kriegst Du schon? Ja! 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 Ja. Ja. Ja, ja! Das ist so. Was guckst du so geil? Was weißt du da rein? Nein, das tust du nicht. Was? Das tust du nicht. Warum? Ach so. Warum guckst du so kacke? Hast du nicht geprennt heute? Hahahaha. Habe ich auch nicht. Hallo, Spieler 2. Schaffst du das nochmal zu drücken? Man kann ja eh mal schlafen, ne? Ist ja dabei heute arbeiten. Ja und, ja. Oh, keine Julio. Hast du schon mal deine Ballerburg gearbeitet? Ne. Also. Ballerburg. Boah. Mach das Ding doch fest, hinterfliegt er hier rum. Ist egal, er fliegt rum. Jawoll. Wer hat zu tun? Nimm mal. Was soll das denn? Bist du beheuert? Bist du beheuert? Jawoll. Gar nicht gut. Yoshi! Zwei. Nein. Ganz toll. Es ist unglaublich. Ach, das ist doch wieder die Scheiße, da wo man nichts gewinnt. Hallo? Ja, drei Sterne. Ja, drei bis zwei und drei. Ja, ich schaff doch nicht meist ein. Wenn du jetzt eine 6-0 fühlst, ne? Ja. Jawoll. Ja, ein Stern. Ein Stern. Ich fasse an mir an. Lass ihn drin. Nein. Sag ihn mir nicht. Deine Hand meine ich natürlich. Lass ihn drin. Deine Hand. Ja. Ihn Hand. Genau. Der weiß heute nicht, was er erzählt. Ich bin heute der letzte. Ich bin heute der letzte. Mann. So. Das ist jetzt lustig. Das ist die Wahlwegscheibe. Ja, drück S. Jeder darf sich einen Weg aussuchen und dann wird das Ding gelegt. Wo drückt man denn S? Ja, da steht doch S. Ja, für Spieler 3. So, wo will ich lang gehen? S? Ihr müsst eine Richtung aussuchen. Toll. Du stopfst und du stopfst jetzt die Scheibe. Anhalten. Jawoll. Minispiel. Weiter geht's nach links. Oh nein. Ein jeder gegen jeden Minispiel. Oh Gott. Ey, wenn du Magma schubsen nimmst, ne? Oh Gott, nicht zählen. Wenn du Magma schubsen nimmst, ne? Nein, mach das nicht, das will er nur. Oh, Mathe. Dann hat die noch nicht. Dann müssen wir mal zählen, ey. Zählen auf Römer. Dann müssen wir mal auf Steuerung. Oh Gott. Da gibt's bei FF-Spiel. Halte die senkrecht und für jeden Kuma, den du siehst. Ah. Also das heißt, wir müssen die Fotografie. Nur Kuma zählen. Ja. Keine Monster. Das gibt's bei FF-4 als Minispiel. Da wirst du bekommen. Start. Nein, ich hab'n Monster mitgezählt. Ey, wir müssen... Wir dürfen nicht die ganze Zeit drücken, oder? Wir müssen die schon zählen und drücken. Ja, und jetzt? Wie will man das denn machen, wenn die so aufeinander sind? Erzählen.